Wo studiere ich bloß? Großstadt ist zwar cool, aber die Hörsäle an den anonymen Massenunis sind überfüllt, die Profs selten erreichbar und wenn man überhaupt etwas zum Wohnen findet, dann ist es extrem teuer. Einen Hochschulstandort zu finden, an dem man zeitgleich studieren und leben kann, ist wohl doch nicht so einfach. Die Hochschule Nordhausen ist zwar nicht der Nabel der Welt, liegt aber im Herzen Deutschlands und bietet genau das. Eine familiäre Umgebung mitten auf dem kleinen grünen Campus. Hier vereint sich das Leben mit dem Studium. Hier lernst du zusammen in kleineren Gruppen und hast direkten Kontakt zu den Profs. Du wirst von Anfang an in Seminaren bei der weiteren Entwicklung begleitet, damit du auch in der richtigen Spur bleibst. Und ich lege die Hochschule Nordhausen jedem wärmstens ans Herz, der mehr als nur eine Matrikelnummer sein kann. Nach dem Studieren entspannst du mit Kommilitonen auf dem Campus oder du gehst raus in die Natur, denn du kannst dir hier, auch als Student, das Leben und Wohnen gut leisten. Hochschule Nordhausen, BWL studieren an einem ganz besonderen Ort. F Ruggeriren concaterien. Untertitelung im Auftrag des ZDFs